Lieber Kai, herzlichen Glückwunsch zu deiner Nominierung als Spitzenkandidat der Berliner CDU. Berlin kann so viel mehr. Und ich finde, Sie haben als Berliner CDU in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, was Teamleistung ist. Sie stehen heute stärker da als noch vor einigen Monaten. Und das macht Mut und Hoffnung auf einen Wahlsieg bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Das wünsche ich Ihnen sehr. Ich kenne Kai Wegner schon so lange aus dem Deutschen Bundestag durch so viele Begegnungen. Und ich glaube, er wäre ein super regierender Bürgermeister für Berlin. Machen Sie was draus, nutzen Sie Ihre Chance. Alles Gute, herzliche Grüße aus Sachsen an die Hauptstadt nach Berlin.